Sie sind hier, 10. Oktober 2018, 19.22 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Alexander Zverev ist die Nummer 5 der Welturheberrecht, Getty Images, Alexander Zverev bejubelt ein Break in Shanghai, besonders emotional. Mit der Reaktion hat ein chinesischer Balljunge allerdings nicht gerechnet. Dass Alexander Zverev auf dem Tennisplatz durchaus emotional reagieren kann, hat sich offenbar noch nicht bei allen Balljungen herumgesprochen. Als der Deutsche in Shanghai im Duell gegen Nikolos Basila Schueli mit einem Rückhandwinner am Netzeinbrick schafft, brüllt er seine Freude heraus und zeigt die Faust. Der direkt daneben sitzende Balljunge hat mit diesem Gefühlsausbruch allerdings nicht gerechnet und zog beim Aufschrei Zverev sichtlich erschrocken zusammen. www.witter.com-tennistv-status-1049905738318049280 Zverev hat der Emotionsausbruch dabei durchaus geholfen. Die Nummer 5 der Welt gewann gegen den Georgier mit 7 zu 5 und 6 zu 4 und zog damit ins Achtelfinale ein. Mit zwei weiteren Erfolgen würde Zverev die Qualifikation für das Saisonfinale in London schaffen. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus Allen Bär Mia Mia